Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich bin diese Let's Play und wie immer bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir hier eine Kleinigkeit überlegt, die ich jetzt umsetzen werde. Das liegt gerade ein bisschen, ich weiß nicht wieso. Nämlich werde ich mit Cleanstone, sogenanntem Cleanstone, hier in den Ecken Türme hochziehen. 1, 2, 3, 4, Moment, äh, jetzt bin ich gerade verwirrt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dann müsste es doch so. Ja, so müsste es schlimm. So, ja, es leckt gerade sehr schlimm. Aber es gefällt mir irgendwie nicht. Boah, ey, Moment, ich musste mal kurz raus. Da bin ich wieder, es müsste jetzt fließend laufen. Wenn nicht, dann ist das echt komisch, vor allem bei so einem Spiel wie Minecraft. Scheiße! Oh, Dreck, verdammt, da. Geil. Moment, ähm, da. Minecraft muss man sich auch immer erst angewöhnen, nicht einfach nur, um einen hinzuklicken. Fahrstuhl. Bam, perfekt. Boah, ich bin so gut. Ich bin so ein Pro. Ich stelle gerade, ne. Boah, ist das langweilig. Überheilig. Für euch bestimmt auch. Mir beim Turmbauen zugucken. Man sollte bei Minecraft nie zu lange über das Spiel nachdenken, denn irgendwann kommt man zum Schluss, dass das Spiel und das Aufnehmen, ups, scheiße, des Spiels alles einfach komplett total sinnlos ist. Nein, leid, dann behalte ich doch. So. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ich habe keinen Bock, nochmal runterzufallen. Ach, ich bin ja so dumm. So. Zack. Ups. Ne, kann man ja lassen. Der Haken bei Cleanstone ist, wenn man versucht, ihn abzubauen, kommt Cobblestone raus. Deswegen kann man mit Cleanstone quasi nur einmal arbeiten. Man darf dabei keine Fehler machen. Also, ich gehe nochmal hier rein. Denn ich habe mir eine coole Kleinigkeit überlegt. Ich mache ganz viele Stockwerke hier in den Turm. So. Erstes. Gehe hier rein. Mach's Zweite. So, und ins Nächste. Das gibt ziemlich viele Stockwerke. Wieder mal. Einfach unnötiger Platz. Ich wünsche, bei Minecraft gäbe es mehr Dekorationsmöbel oder sowas. Einfach nur, weil hier hat man so viel Platz und es ist langweilig, wenn da einfach nichts drin ist. Mit ein bisschen Mühe kann man sich Minecraft echt gemütlich machen. Also, man kann sich ein paar Bücherregale reinmachen und sowas wie einen Tisch. Und ich habe es schon geschafft, bin am Ende angelangt. Angekommen, angelangt. Ist egal. So. Also, ich werde die Treppe, die Leiter, ich werde die Leiter noch fortsetzen und hier oben das Stockwerkssystem fortführen. Ich weiß nämlich, wie hoch mache ich das? Also, ich werde die Leiter noch mal aufbauen. Der Stein ist jetzt falsch gebaut worden. Wenn man den abbaut, kommt Cobblestone raus. Das ist das hier. Das komische hier, ne? Das ist mein Vergleich. Cleanstone, Cobblestone. Aber Cleanstone sieht ein bisschen schöner aus. Ein bisschen glatter, reiner. Deswegen wird Cleanstone von den meisten bevorzugt. Als... Als... Baumaterial. So. Schon eine relativ tiefe Leiter. Das fehlt mir gerade auf. Wie hoch mache ich denn das? Wie sieht denn das von außen aus? Na, also ein oder zwei mache ich noch drauf, würde ich sagen. Und hier ist das nächste. Ups, schon wieder einen falsch gebaut. Smack, damn, shit. Scheiße. Jetzt gerade baue ich einige falsch. Du kommst weg. Du kommst weg. Wuuu, aber ich muss noch mal gehen. Und meine Leiter weiterbauen. So. Der, der kommt weg. Der war ein bisschen gefehlt. Okay, hier mache ich das Dach, würde ich sagen. Und das Dach ist ganz einfach gestaltet. Einfach nur. Mit Zinne quasi. Die Ecken mache ich noch. Einen hin. So. Habe ich... Nein, habe ich nicht. Ich habe mich gefragt, ob ich Fackeln dabei habe, aber habe ich nicht. Fahrstuhl! Nach ganz unten. Denn ich muss unten am Boden noch was machen. Nämlich das Gras weg und stattdessen Cleanstone hin. Okay. Cleanstone. Perfekt. Was willst du zuhören? Komm her, hol. Komm her. Ich habe schon so viele von deinen Freunden umgebracht, Mann. Ich bin schon tot, ja. Guck. Tot ist es. So. Hm. Hat noch was leicht hässliches, aber... Das wird noch. Ich mache nämlich hier noch eine Tür rein. Da oben vielleicht auch noch. Da mache ich noch Fenster. Aber im Moment ist erstmal gut. Das ist gar nicht mal schlecht geworden. Und lange dauert das auch nicht. Okay. Wenn du, willst du zu stressen, Mann. Komm her. Komm her. Bam, bam. Tod. Hier muss ich erstmal ein bisschen buddeln. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und der Eingang kommt genau gegenüber hin. Also hier. Sehr gut. Sehr gut. Wie mache ich denn das am intelligentesten? Ach, scheiße. Das ist ein Rotz hier. Das ist ein Rotz hier. Hm. Immerhin muss ich dann keine Leiter mehr bauen. Da hier ja schon eine ist. Cleanstone. So. Es wird nachts. Es wird schon dunkeln können. Shit. Und ich habe euch ja gesagt. Ich nehme nur am Tag auf. Und deswegen sehen wir uns gleich. Sobald es wiegt, der Tag ist. Bis dann.